Moin moin Leute und was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Produkttester. Heute mal wieder mit einem Gewinn, denn ich habe was gewonnen. Und was das ist, möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Gewonnen habe ich das Ganze auf in der Netto-App. Man hat nämlich beim Einkaufen zur Netto-Lose bekommen in den ersten zwei Wochen im September. Und ja, da habe ich einige Lose bekommen, auch viele Geschenke gekriegt. Das Beste war, jedes Los hat gewonnen. Man hat immer Gratis-Produkte von Netto bekommen, die habe ich mir geholt, die es gab. Leider gab es Eis nicht mehr und Currywurst, die dann gegen Salami ausgetauscht wurde, die es dann auch nicht gab. Ja, aber einen Sachpreis habe ich gewonnen. Was das ist, möchte ich euch nicht vorenthalten. Hier erstmal das, was hier steht. Da steht halt drauf, ähm, herzlichen Glückwunsch, du hast gewonnen. Heute hältst du deinen Gewinn aus unserem Gewinnspiel in den Händen. Wir hoffen, du hast viel Freude damit. Und dann war das von Netto und Ferreiro. Es gab zu gewinnen. Ich packe es erstmal auf, dass ich habe auch ein bisschen gut verpackt. Ah, Kälte. Wow. Wow. Diese Schüssel habe ich gewonnen. Sieht echt mega toll aus. Ja, die ist wirklich schön. Von Kinder, Ferreiro. Ja. Ja. Schön freut mich, dass ich das gewonnen habe. Ähm, was gab es noch zu gewinnen? Hauptpreis war ein Auto. Dann gab es E-Scooter. Fernseher. Die beiden Sachen hätte ich natürlich sehr gerne genommen. Wäre denn nicht? Dann halt diese Schüsseln. Getränkeflaschen von Ferreiro. Kopfhörer gab es noch zu gewinnen. Eine Lampe gab es noch zu gewinnen. Und ja, ich habe jetzt das gewonnen. Ich freue mich sehr darüber. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, würde es mich wirklich sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo lassen könnt. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.